Wir gehen rein in die nächste Faktion. Wir sind schon im zweiten Akt. Ihr verdammter Narr! Was in Gottes Namen glaubt ihr, dass ihr da tut? Nun, um ehrlich zu sein, war ich es, der den Befehl gab, die Gegend weiter zu erkunden. Ja, das mag sein. Aber nicht einmal ihr wärt so dumm einen Frontalangriff auf die Püs anzuordnen. Was für den? Die Püs kann jetzt wirklich nicht so viel sein. Das glaube ich nicht. Meine Truppen sind überall verstreut und ich kann nichts unternehmen. Ich habe die Grafschaft verloren. Zeigt etwas Rückgrat. Mein Plan für den Notfall ist bereits im Gange. Ihr bekommt eure Grafschaft bald genug wieder. Vertraut mir. Später trifft eine Botschaft der Ratte ein, die besagt, über eure neu erworbene Grafschaft würde eine Blockade verhängt. Während Sir Wulzack die Nachricht verließt, schaut ihr und Sir Long armt rein wie begossene Pudel. Er richtet ein kleines Lager auf einer offenen Lichtung und erwartet dort die Ankunft des Herzogs de Püs. Ihr dürft ihm auf keinen Fall mit Waffengewalt drohen. Um unsere Ländereien zu sichern, müssen diese Verhandlungen ein Erfolg werden. Sonst wäre er nach Hinterhalt. Schauen wir mal. Herzog de Püs wünscht ein... Es ist eine Falle! Sir Long arm hatte Recht! Eine Falle! Unsere Vorhut wurde wie Tiere niedergemetzelt. Jetzt erhaltet ihr neue Befehle. Errichtet eine große Befestigungsanlage und bereitet eure Truppen auf die Ankunft des Herzogs de Püs vor. Setzt die Steinmetze ein, die ich euch mitgab, um hier eine starke und standhafte Burg zu errichten. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Das schätzt hier die Baumwirkung. Jetzt aber sofort hin. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Obzubauen? Wenn wir den Teil auch von ihm bestiegen können. Ich glaube, die Entfeidigung kommt. Dann soll es sich die und dann kommt das Reise. Man kann das gravierdelt. Und dann würde ich den Teil auch mit dem Schipfen kommen. Segen Sie ganz, was ich verletzieren! Ich schaui... Alle. ... ... ... Reichen. Feuerbauern. Wie geht er dazu? Rauch. Reichen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Wir benötigen Holz. Die Müll hat sich eine Arbeiter gekostet. Lass man noch zwei weiter rücken. Wer greift an? Nicht auch extrem, um sich das jetzt da so hinlegen. Ich bin zur Stelle. Eure Befehle? Ein Bär hat die Siedlung an. Ich muss den Bär abschießen, danke. Arbeiten können. Und fallen. Bin zur Stelle. Ja. Rücken aus. Unsere Schatzkammer leert sich. Haben wir auch neues Geld. Unsere Schatzkammer leert sich. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Wissen. Das ist für die erste, was keine Angst vorhanden. Ja. itsu. Dramatisch. Ich kann auch gar nicht mit sich gießen, die Gruppen hier sogar auch rumgezogen würden, wäre es wahrscheinlich sogar noch besser für uns. Auf den Schiffen. Es werden Rekruten benötigt, Sange. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Eine Botschaft der Ratte. Oh, wir ziehen uns also zurück. Das wird euch jetzt auch nichts mehr nützen. Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Wir benötigen Holz. Die Truppen der Ratte greifen an. Unsere Schatzkammer leert sich. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Der Kornspeicher ist voll. Eure Befehle in Bewegung. Bin zur Stelle. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Es werden Waffen benötigt, Sire. Feind hat die Mauern eingerannt. Ich bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mein Herr, Rücken aus. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Warum noch mehr Feierlust? Die Truppen der Ratte greifen an. Die Truppen der Ratte greifen an. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Eure Befehle? Der Feind hat die Mauern eingerannt. So, wir haben eine gute Position. Ich hoffe, dass sie reinkommen. Der Kornspeicher ist voll, mein Lord. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Ja. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. Die alte Bessie verhält sich ein bisschen komisch, mein Lord. Viele andere Kühe eben. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Mein Herr. In Bewegung. Halt schon mal ein Tor auf. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Die Truppen der Ratte greifen an. Das Haus kommt nicht mehr rein. Die haben auch alle noch nicht genug Bombsdämme liegen. S2. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Aber jetzt überlegen wir den anderen hier auch. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Da war Level aufgeschafft. Oder kommt da noch einer? Ja, könnte nur einen flach kommen. Wir gehen nochmal schnell das Tor. Ein Punkt durch. Ein Wall. Holz wird nicht mehr reinkommen. Das heißt... Ah doch, eine Ladung noch. Eine Botschaft der Ratte. Ihr habt euch mit dem mästigenden Pös angelegt. Und bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Trampeln. Aufklärer berichten von einer großen Truppe der Ratte, die auf uns zumarschiert. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass das hier eingeschlafen ist. Die Truppen der Ratte greifen an. Die Anladung würden euch doch noch bekommen. Die ersten laufen. Es werden Waffen benötigt sein. Eure Befehle? Ja. Rücken aus. Es werden Waffen benötigt sein. Ja, ich bin bereit. Es werden Waffen benötigt sein. Es werden Waffen benötigt sein. Mein Wogen ist euer. Aufgegräts müssen die breiten Rohr aufgestellt sein. Ich kann die Schmerzen. Ich kann die Schmerzen betrachten. Das ist noch nicht. Der Feind ist bezwungen. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Mein Herr. Eine Botschaft der Ratte. Ich habe doch tatsächlich schon wieder verloren. Sieg. Wunderbar. Es ist schon wieder geschehen. Unglaublich. Ich verliere eine Grafschaft nach der anderen. Als nächstes bin ich wohl selbst dran. Ich bin verloren. Ich denke, ich reite besser zurück, um Verstärkung zu holen. Langes niegt sich raus. Oh, zurückreiten? Wäre es nicht einfacher, eine Botschaft zu senden? Ihr braucht euch wirklich keine Sorgen zu machen. Ich bin zurück, ehe ihr euch verseht. Bis bald, ehrenwerter Freund. Bis bald. Ja, danach aus, als würde die Schlange die Ratte hier ordentlich verkaufen. Die Barten im ganzen Land geben ihr Bestes. De Püs, ihr müsst euch um Lord Mannequin kümmern. Wenn sich auch nur ein Lord erhebt, werden es bald alle tun. Wolf macht die Ansage. Lord Mannequin wird belagert. Und es wäre verheerend für uns, wenn seine Grafschaft viele. Geht mit deiner Kompanie Lanzenträger an Land und führt seine Garnison zum Sieg. Wenn wir hier Erfolg haben, erheben sich vielleicht noch weitere Grafschaften. Die Burg wird angegriffen. Schafft die Männer schnell auf die Welle. Ihr könnt auf uns zählen. Wir rücken aus. Wohin gehen wir? In Bewegung. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, sei er. Bin zur Stelle. Direkt weiter und hoch. Gehen wir nicht erst mal absichern? Da bauen sie. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, sei er. Rücken aus. Bogenschützen bereit. Allzeit bereit. Womit kann ich die... Was klar? Wenn ich einen Palanzenträger positionieren soll. Da fliegt er. Nennt euren Wunsch. Und weiter. Bogenschützen regeln. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Und die Verstärkung. Der Feind befindet sich in der Burg. Dann haben wir den ersten Angriff abgewährt. Die Burg hat Stand gehalten. Zum einen Tiefen. Die Verstärkung. Und wieder los. Und wieder los. Und heute los. Und die Brindung. Oh, wunderbar. Oh, wunderbar. Wir benötigen Holz. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Leider immer noch kein Marktplatz. Vorne werden wir gleich mal aufschneiden, um die Gebäude zu haben. Dass das Holz reinkommt. Holzfäller. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Weitere Becke Weinbaum jetzt trinkt. Holz. Dann noch Mangelware. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Da darf ich lieber eine Böcke reinbauen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Eine ganz große Ladung Holz. Eure Beliebtheit sinkt. Eure Beliebtheit sinkt. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Nahrung haben wir gleich. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Ihr seid zu gütig, mein Lord. Ihr schon wieder? Wie konntet ihr ohne mein Wissen hierher gelangen? Wie dem auch sei, ich werde Truppen aussenden, die euch ins Jenseits befördern. Noch mal Rationen. Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sire. Keine neuen Truppen. Verlieren sogar welche. Die Truppen der Ratte greifen an. Es kommen Leute zur Burg. Haben wir? Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mein Herr. Lecken damit drauf. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Eure Befehle? Eure Schinken wir jetzt ein bisschen hinterher. Glaubst du den Rekruten? Was sind heute wieder Kai. Geh jetzt. Ich hab sie mit dem Rekruten untertitelt, oder? Wunsch. Wir benötigen Gold. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Seier. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Unsere Goldvorräte wachsen, Seier. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Damit müssen wir gleich auch genug Bögen haben zum verteidigen. Schnell wieder. Auf. Eure Beliebtheit steigt. Eine Botschaft der Ratte. Nun seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Was nun? Ich bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Seier. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Die Truppen der Ratte greifen an. Vielleicht breit auch noch ein paar Zinnen davor. Ich bin zur Stelle. Ja. In Bewegung. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Ganz entspannt abgewehrt wieder. Ganz entspannt abgewehrt wieder. Hängt hier wieder nur an den restlichen Truppen, die hier noch stehen. Nein. Die werden andere fallen. Die werden andere fallen. Brücken aus. Der Feind ist bezwungen. Eine Botschaft der Ratte. Nicht schon wieder. Es ist nicht zu fassen. Ich bin von Idioten umgeben. Wir sind siegreich. Ich muss sagen, ich bin wahrhaft beeindruckt von eurer militärischen Leistung. Kann auch sein. Ob wir zu Ende gehen mit der Ratte?